Ich bin Svenja Ketelsen, ich leite den Tagestreff Mitte, den wir hier seit Dezember im Hofbräu Berlin betreiben. Gemeinsam mit der GBW und der Kältehilfe haben wir hier eine Tagesstätte für Obdachlose eröffnet, damit die Obdachlosen auch während der Corona-Zeit und der Schließung sämtlicher Aufenthaltsmöglichkeiten einen Ort haben, in dem sie sich aufwärmen können und was zu essen bekommen. Ich bin Matthias, ich komme vom Deutschen Roten Kreuz Berlin Zentrum. Und wir stellen hier jeden Mittwoch die medizinische Versorgung sicher für die Gäste.